Bestimmt keinen guten. Ja, natürlich, bei dir doch immer. Aber ich habe eine kleine Hoffnung, dass es tatsächlich diesmal Pech ist. Ja! Ich habe keine Ahnung. Wieso bin ich jetzt letzter? Warum wurde ich getroffen? Ich habe doch A gedrückt. Wieso bist du jetzt tot? Ja, keine Ahnung, wieso ich jetzt letzter geworden bin. Ey, er auch rüber und ich ausnahmsweise mal Glück. Komm, ja! Er auch rüber. Ja, ist auch okay. Jetzt kann ich nicht mehr verlieren. Entweder ich habe das gleiche Schicksal wie ihr oder ich bin... ...lackig. Ja, und wenn du auch das gleiche Schicksal hast... Wie gesagt, dann kann ich nichts verlieren. Das wäre jetzt geil, wenn du auch failst. Weil der Knopf bleibt ja gespeichert, dann kann ich nämlich gar nicht fehlen. Dann komm, du, ich als Einziger. Wäre das episch. Ich nehme grün, Yoshi-Farbe. Ja, aber ich glaube, es ist blau, oder? Oder, 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 oder? Nein. Yoshi-Farbe. Oh, du Affsschlag. Wieso? Nicht du, der Mario. Ich hoffe, du würfelst eine 5 oder eine 6, ja. 1, bitte. Danke schön. Bam, jetzt Glück. Und jetzt Glück. Und jetzt Glück. Und jetzt Glück. Das werden wir sehen. Aber ich glaube, du... Du bekommst, glaube ich, Glück. Ja. Yes, Baby. Scheiße, Mann. Seid ihr Noobs. Hey, ich dachte, ich komme da durch die Lücke. Ihr habt ja keine 3-6 überlebt, ey. Oh, ho, ho. Kein Kugelbild. Nein, du Assi, Mann. Also, wir sind jetzt nach einer ganzen Runde genauso weit wie am Anfang. Denk mir. Das wäre aber irgendwie cool, wenn du jetzt ein Kugelbild überfüllst. Ja, das sind erstens nämlich die ganzen Assis weg. Und zweitens, du hast noch keinen einzigen Schritt gemacht. Ja, komm, ey. Ich will auch voranlaufen. Danke, Miete. Also, dann muss man schon wirklich... Oh, ein Grab für die Schaufel. Also, hier habe ich echt richtig. Wie mir, was machst du? Komm, es ist bloß keine 0, Alter. Mindestens eine 1, dann hätte ich es eigentlich. Fuck, 0, aber du hast nur 1. Boah, cool. Das war die letzte Runde. Oh, scheiße, Mann. Oh, jetzt hat sie aber 6. Ich gönne es irgendwie dem Luigi, würde ich sagen. Weil er hat echt vorhin viel Pech gehabt. Das wäre echt geil für ihn, wenn er jetzt aufholen könnte oder nicht. Keine Ahnung, ja. Ja, er schafft es auch. Er hat den Wuhu richtig geil getreten. Die Frage ist nur, wie kann man ein Geist treten? Aber gut. Alles ist möglich, ne? Ich halte dein Nintendo-Spiel. Du hast gewonnen. LOL! In einem Glücksspiel, wo das Glück so nach vorne ist. Was für ein Witz, ey. Das passt ja mal gar nicht zusammen. In dem Skillbrett, also einigermaßen Skillbrett, zack ich. Und hier in dieser Schose gewinne ich. Ja gut, dann danke. Dann habe ich wenigstens noch eine Chance nachzukommen. Ja, Keto hat gemeint, komm ey, das macht keinen Sinn. Ich helfe der armen Kreatur da. Der angestellt. Jetzt vergleichst du mich hier so. Boah, Alter, die Steuerung, du. Also wenn er die Null... Was ist denn los mit euch Leute, Mensch? Das geht, ja.